Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe heute einen Termin beim Dr. Schneider. Moment bitte. So Frau Nowak, gehen Sie bitte in den Behandlungsraum 3. Dr. Schneider kommt gleich. Guten Tag Frau Nowak. Wie geht es Ihnen? Ich habe Kopf- und Rückenschmerzen. Wie lange haben Sie diese Beschwerden schon? Seit ungefähr einer Woche. Alles klar. Ich möchte mir gerne Ihren Rücken ansehen. Wo haben Sie die Schmerzen? Oben im Schulter- und Nackenbereich. Wie sind diese Schmerzen? Sie sind nicht sehr stark, aber ich spüre sie die ganze Zeit. Ich sehe, dass Sie stark verspannt sind. Diese Verspannungen können die Ursachen für Ihre Kopfschmerzen sein. Hatten Sie in letzter Zeit Stress? Ja, seit mein Mann im Außendienst arbeitet, bin ich für das Haus und die Kinder verantwortlich. Wie Sie wissen, habe ich auch noch meinen Teilzeitjob als Altenpflegerin. Ich bin mir sicher, dass Ihre Beschwerden mit dieser Doppelbelastung zu tun haben. Ich schicke Sie aber noch an einen Orthopäden, der sich Ihre Wirbelsäule genauer ansehen soll. Ja, was kann ich aber jetzt gegen die Schmerzen tun? Ich verschreibe Ihnen Ipuprofen. Das Sie bitte dreimal täglich, drei Tage lang nehmen. Sie sollten auf eine gesunde Lebensweise achten und etwas für sich tun. Machen Sie Spaziergänge an der frischen Luft. Besuchen Sie einen Yoga-Kurs. Oder gehen Sie ins Fitnessstudio. Danke, Herr Dr. Schneider. Ich werde sehen, ob meine Schwiegermutter bei der Kinderbetreuung hilft. Ich kann diese dann für mich nutzen. Gut, das ist ein richtiger Schritt. Lassen Sie sich einen Termin in sieben Tagen geben. Und bringen Sie bitte die Untersuchungsergebnisse des Orthopäden mit. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Danke schön. Wir sehen uns in einer Woche. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe heute einen Termin beim Dr. Schneider. Moment bitte. So Frau Nowak, gehen Sie bitte in den Behandlungsraum 3. Dr. Schneider kommt gleich. Guten Tag, Frau Nowak. Wie geht es Ihnen? Ich habe Kopf- und Rückenschmerzen. Wie lange haben Sie diese Beschwerden schon? Seit ungefähr einer Woche. Alles klar. Ich möchte mir gerne Ihren Rücken ansehen. Wo haben Sie die Schmerzen? Oben im Schulter- und Nackenbereich. Wie sind diese Schmerzen? Sie sind nicht sehr stark, aber ich spüre sie die ganze Zeit. Ich sehe, dass Sie stark verspannt sind. Diese Verspannungen können die Ursachen für Ihre Kopfschmerzen sein. Hatten Sie in letzter Zeit Stress? Ja, seit mein Mann im Außendienst arbeitet, bin ich für das Haus und die Kinder verantwortlich. Wie Sie wissen, habe ich auch noch meinen Teilzeitjob als Altenpflegerin. Ich bin mir sicher, dass Ihre Beschwerden mit dieser Doppelbelastung zu tun haben. Ich schicke Sie aber noch an einen Orthopäden, der sich Ihre Wirbelsäule genauer ansehen soll. Ja, was kann ich aber jetzt gegen die Schmerzen tun? Ich verschreibe Ihnen Epoprofen. Das Sie bitte dreimal täglich, drei Tage lang nehmen. Sie sollten auf eine gesunde Lebensweise achten und etwas für sich tun. Machen Sie Spaziergänge an der frischen Luft. Besuchen Sie einen Yoga-Kurs oder gehen Sie ins Fitnessstudio. Danke, Herr Dr. Schneider. Ich werde sehen, ob meine Schwiegermutter bei der Kinderbetreuung hilft. Ich kann diese dann für mich nutzen. Gut, das ist ein richtiger Schritt. Lassen Sie sich einen Termin in sieben Tagen geben und bringen Sie bitte die Untersuchungsergebnisse des Orthopäden mit. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Dankeschön. Wir sehen uns in einer Woche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020